Hallo, ich bin der Peter und heute zeige ich euch, wie ihr euer Taschengeld ganz ohne Risiko ganz viel aufstocken könnt. Und dabei hilft mir der kleine Johnny. So, kleiner Johnny, dann nimm schon mal das hier. Aber ich dachte, wir sagen nicht unsere echten Namen. Nein, nein, Hauptsache, du sagst meinen echten Namen nicht. So, und jetzt wiederhol doch noch mal, was wir geübt haben. Hände auch, ihr dreckigen Kanalraten und euch pustet ihr Gehirn das Abflussrohr runter. Sehr gut, weißt du was? Hier ist noch ein Bonbon für dich. Und wenn die Polizei dich ganz doll festhält, dann beißt du da drauf und schluckst alles ganz schnell runter, okay? Okay, Herr Lustig, ich meine paar Schulke. Ja, jetzt fragt ihr euch sicher, Peter, du hast doch gesagt, da ist gar kein Risiko. Aber ich höre eindeutig, wie das SWAT Team Elektroschocker einsetzt. Ja, aber was ihr nicht gesehen habt, ist, wie ich ganz ohne Risiko der Polizei einen Tipp gegeben habe. Danke für den Tipp, Herr Lustig, das war der achte Banküberfall diese Woche. Hier ist die Belohnung. So, und ihr schreibt jetzt erstmal in die Kommentare, was ich euch als nächstes beibringen soll.